Na, Schiss? Achso, das Sklade kann man ja schon. Das kann ich ja schon. Das wäre noch von uns am ersten Besuch hier in der Mine. Den hatten wir gerade. Santino. Ach, das ist der Ausstatter, genau. Bei dir kann ich tauschen. Heiltränke. Bolzen, Pfeile, Dietriche. Können wir uns eigentlich ein paar Dietriche mitnehmen. So vier Stück. Passt perfekt. Und vier. Mehr brauchen wir hoffentlich erst mal nicht. Da ist ein Templer. Ich glaube, wenn ich hier an die Kisten gehe, dann bin ich tot. Dorn zerlegen die mich sofort. Wo ging es denn hier runter? Hier? Ja. Gut. Dann wollen wir mal weiter. Wo ging es hier hin? Ich hoffe, hier gibt es nicht gleich meinen Crawler wieder. Hier sieht so dunkel aus. Da unten höre ich doch irgendwo irgendwas kratzen. Ach, das sind nur zwei Buddler. Ganz schön duster hier unten, würde ich sagen. Ach, hier sind ein paar mehr. Gut. Ich dachte, die buddeln hier alleine durch die Gegend. Nur ein Gardist. Oh. Brandig. Phil Gomez. Ach, der will mir gar nichts erzählen. Fackel. Eine Fackel von Fackelmann, bitte. Und noch eine. Buddler, Buddler. Na gut, hier geht es noch. Wer ist er denn? Kein Bock mehr zu arbeiten? Die Wachen erwischen mich nie. Wie meinst du das? Ich arbeite nur, wenn Wachen in der Nähe sind. Oder mich sehen können. Ansonsten hänge ich hier meine Zeit ab. Werden Sie dich misstrauisch? Na ja, ich schürfe natürlich weniger Erz als alle anderen. Es reicht natürlich nicht immer. Da muss ich halt mal ein bisschen Geschick tauschen. Ich halte immer meine Ohren offen. Und bekomme viele nützliche Dinge mit. Du hast nicht zufällig etwas Erz bei dir? So ungefähr zehn Erz? Für was? In Ordnung. Hier sind zehn Erz für dich. Danke. Wenn du zurück zum Hauptschacht gehst und den Stegen weiter nach unten folgst, da kommst du bald an zwei Nebenhöhlen. In der zweiten Höhle steht eine Wache. Da steht auch ein alter Stampfer. Dort liegt noch irgendwo ein Heiltrank. Aber sei vorsichtig und nimm dich vor den Crawlern in Acht. Und wenn du mal wieder was brauchst oder hörst, dann komm ruhig zu mir. Ich kann dir bestimmt weiterhelfen. Hast du noch ein paar nützliche Informationen? Na klar. Hast du noch zehn Erz? Ach komm, das nutzen wir nochmal aus. Für mein Erz erwarte ich auch eine gute Information. Hier gibt's eine Menge verschlossener Truhen. Glenn, der Butler, der ganz oben steht, kann dir ein paar Dietriche besorgen. Ah ja. Viel Glück noch. Du weißt ja, wo du mich findest. Faule Sau. Das ist was zu sagen, weil er so geguckt hat. Oh ne. Könnte man ja theoretisch machen eigentlich, aber. So wie die hier schuften müssen, lassen wir mal. Obwohl, der hat uns... Er hat uns ja alle Infos gegeben, die wir wollten. Woll mal anschwärzen. Bin ich grad echt bisher am überlegen. Vor allem, die müsst ihr doch jetzt eh sehen. Ach komm, ist jetzt unser Problem. Ist nicht unser Problem, da soll er mal da machen, wenn er damit glücklich wird. Außerdem hat er uns ja ein paar Tipps gegeben. So, da sind wir auch schon wieder im Hauptschacht. Jump'n'Run, würde ich sagen. Achso, das war der mit der Truhe. Kann ich den nochmal wegschicken? Ich pass auf, dass so Butler wie Snipes da drüben die Finger von meiner Truhe hier lassen. Ach, schade. Ich dachte, den können wir nochmal weglocken. Geht's hier noch weiter? Ne, hier ist nix mehr. So, bei irgendeinem Stampfer sollte noch ein Halsrank rumliegen. Aber ich glaub, das werden wir jetzt nicht mehr erleben. Ach, hier ist noch einer. Was ist in dem Lager, Schuppen? Das geht dich nichts an. Danke. So lange herumstehen macht bestimmt durstig. Und wie? Mann, ich könnte wohl den einen oder anderen Schluck vertragen. Hast du was dabei? Hier, trink einen auf mein Wohl. Danke. Wie die sich alle bestechen lassen hier? Nur mit dem Schöppchen? Ist ja einfach. Gibt's denn jetzt in dem Schuppen was Besonderes? Ein paar Truhen, in denen wir Vorräte lagern. Allerdings ist der Schlüssel verschwunden. Verschwunden? Ich wette, Aleph hat da seine Finger im Spiel. Dem Kerl kann man nicht trauen. Ach gut, machen wir das jetzt noch? Eigentlich wollte ich noch... Oh Mann, ich wollte eigentlich gerade aufhören. Mensch. Das ist die Kacke bei dem Spiel. Will man aufhören, dann kommt wieder irgendwas an. Aleph, das war doch hier oben der, oder? Ja, hier, ne? Nee? Ach, das war... Ja, das war der Vogel. Gehen wir nochmal da rüber. Leute, Leute, Leute. Ich wollte doch gerade aufhören. Mensch, was macht ihr denn mit mir? Hier wird er nur am Hin und Her flitzen. Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, das war der faules Sack da unten, ne? Der kann mir bestimmt sagen, wo der blöde Schlüssel hin ist. Für komme! Weißt du was über die Schlüssel für die Truhen im Lager schuppen? Nun, das kommt ganz drauf an. Darauf wie viel Erd sich der gebe. Du lernst schnell. 30? 30 Erd sollten reichen. Nun gut. Zufällig habe ich hier einen Schlüssel. Der blöde Hund, ey. Du weißt ja, wo du mich... Wenn wir nicht mehr brauchen, dann verpfeifen. Da hast du so viel Erd von uns abkassiert. 30 Erd. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Und wieder zurückdappeln. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Wir sind ja echt nur auf Wanderschaft. 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 So, das heißt, da müssen wir den jetzt weglocken. Und dann können wir mal die Küsten ausräumen. Hopp. Mal ein bisschen abkürzen jetzt hier. Und noch eine Etage weiter runter. Da werde ich definitiv nicht abkürzen. Wenn wir da jetzt runter abkürzen, dann sind wir tot. Und weh, das lohnt sich nicht. Für Gomez. Ah, wir können ihn auch nur weglocken. Hör zu, Ian und die anderen sitzen unten und lassen sich gebratenes Fleisch schmecken. Was? Ohne mich? Na, ich werde mir meinen Anteil schon holen. Lass mich vorbei! Ja, dann hau doch ab. Lauf doch mal einen Ticken schneller, Blödmann. Uh. Das waren zwei Zauber. Ein Feuerblitz, glaube ich. Ein paar Äppel. Oh, 200 Erz. Perfekt. Und zwei Feuerringe oder was? Nee, Feuerball. Noch irgendwas. Schinken. Rot. Und das Wars. Mehr gibt's nicht. Schade. Aber 200 Erz, das hat sich doch schon gelohnt. 30 investiert, 200 rausbekommen. Kann das nicht in echt so funktionieren? Tja. Da muss ich mich wohl geirrt haben. Schönen Tag noch. Ist klar. Können wir was erzählen nochmals? Ja, wir können uns hier mal. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Hier gibt's wahrscheinlich Dutzende von Nestern. Hör zu, ich muss zu diesem Nest. Ich habe jetzt keine Zeit, mich darum zu kümmern. Unser Stampfer ist kaputt. Vor ein paar Stunden ist das Zahnrad gebrochen. Ich hab noch keine Idee, wo ich ein neues herbekommen kann. Besorg mir doch einfach eins, dann kümmere ich mich um dein Problem. Ein Zahnrad? Wo soll ich das herkriegen? Keine Ahnung. Ich bin so ratlos wie du. Aber es gibt in einem Nebenschacht noch einen alten, kaputten Stampfer. Vielleicht hast du ja dort Glück. Ah, da müssen wir eh noch hin. Mach keinen Ärger. Da gibt's hier noch was zu holen für uns. Nur normale Gardisten. Ein neues Gesicht. Na? Schon mal ernst geschürft, Jungchen? Bist du schon lange hier? Ich bin schon seit zehn Jahren hier. Du kannst mir glauben, dass ich schon einiges gesehen und erlebt habe. So manche Gefahr habe ich schon gemeistert und es immer verstanden, am Leben zu bleiben. Damals, als wir noch in der inzwischen verlassenen Mine gearbeitet haben und die Stützbalken eingekracht sind. Aber das sind alte Geschichten. Du hast doch bestimmt auch eine Menge Ausbruchspläne mitgekriegt. Hör zu, mein Junge. Ich weiß genau, du willst hier raus. Aber vergiss es. Gewöhn dich direkt daran und vergiss die Gedanken vom Ausbruch. Ich hab die Gesichter der Leute gesehen, die versucht haben, aus der Barriere zu fliehen. Mach nicht denselben Fehler. Die Barriere hält jeden auf. Ich habe nicht vor, die nächsten zehn Jahre meines Lebens hier zu schürfen. Nein, das wirst du nicht. Vielleicht wirst du zu den ganz Großen gehören, wer weiß. Du wirst dich nach oben arbeiten, aber ganz egal, wie weit du auch kommst, Die Barriere wird dich aufhalten. Oh ja. Viel Glück noch. Dir auch, Jungchen. Dir auch. Die Barriere hält alles und jeden auf. Für Gomm. Ach, der kann nur tauschen. Okay. Gibt es hier kein Feuerchen mit Pfanne, wo man mal ein bisschen das Fleisch braten kann? Das ist doch kacke. Ich habe zig Tonnen rohes Fleisch dabei. Aber kann damit nichts anfangen. Ja gut, wir können es roh essen, aber... Hier gibt es ein paar Pilze. Du warst nicht besonders schlau. Soll ich mit denen reden? Was weißt du über die Minecrawler? Die Crawler müssen irgendwo ein Nest haben. Wenn wir nur wüssten, wo es ist, dann würden wir die ganze Brut ausrotten. Möge der Schläfer dich schützen. Da hinten sehe ich doch welche. Das, meine Herrschaften, sind Minecrawler. Die sehen echt sehr appetitlich aus, würde ich sagen. Und ich hasse so Spinnengetier allein schon. Dann so Viecher. Bäh. So, wie weit geht es denn hier noch runter? Die Mine hört ja gar nicht mehr auf. Ein einfacher Gardist. Pilze einsammeln, noch Samenkraut einsammeln. Einmal kurz speichern, bevor wir da reingehen. Oh, da unten. Das ist der alte Stampfer, denke ich mal. Und da sind zwei Minecrawler. Na, Glückwunsch. Nein, 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 nicht runter, nicht runter, nicht runter. Ich will noch nicht sterben. Aber hier gibt es hier eine Menge Pilze. Komisch, dass es hier so viele gibt, ne? Da muss doch irgendwas mit sein. Gibt es hier oben noch was? Oh, ein Heiltrank. War das den, den ich holen sollte? Erzbrocken. Erzader brauche ich nicht. Das hängt eh nix. So, hat sich hier oben noch irgendwer oder irgendwas versteckt? Ne, hier ist Feierabend. Okay. Da kann man wieder auch schon nachhüpfen. Das blöde ist, wie kriege ich die Viecher nur weg? Ich glaube, wenn wir da unten landen, sind wir tot. Da sind gleich drei Stück. Ach ja. Und ich wette, da unten ist auch das kaputte Zahnrad oder das neue Zahnrad, was wir besorgen sollen. Gut, ich habe hier ein Feuerpfeil und da... Feuerball und Feuerpfeil. Ich weiß echt nicht, ob wir die da unten wegbekommen. Ich glaube, ich gucke mich erstmal woanders noch ein bisschen um. Bevor ich hier nochmal zur Sache komme. Das wird auch niemanden noch reinschmeißen können, der sich mal drum kümmert. Hallo? Was ist denn hier kaputt? Sag bloß, die Leitern sind so verpackt, dass wir da nicht mal hochkommen. Hallo? Was ist denn das jetzt hier? Kann man hier nicht mehr hoch oder was? Was gibt's denn da nicht? Wollen die mich verarschen? Ähm... Okay. Kommt man hier irgendwie anders hoch? Uah, da fällt mir nur gleich runter, wenn du Pech hast. Scheißen, Dreck. Und nun? Nun hängen wir hier unten fest, oder was? Da können wir auch nicht dran. Scheiße. Das wäre jetzt ein schlechter Scherz. Können wir von da oben, können wir auch nicht drüber springen, ne? Shit. Joa, und nun? Nun hängen wir hier fest. Nach unten können wir nur gehen und uns von den Minecrawlern fressen lassen. Nach da oben kommen wir wohl gar nicht mehr. Oh, klasse. Na gut. Das sind so schöne Aussichten. Da werde ich jetzt erstmal hier, genau hier werde ich jetzt abbrechen. fürs Erste und mal gucken, ob wir hier nochmal rauskommen. Probier's gleich nochmal offscreen nochmal weiter. Ich möchte jetzt hier nicht stundenlang rumhüpfen und machen und tun und am Ende bringt's doch nix. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Bedanke mich fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Gothic und hoffentlich, dass wir hier wieder rauskommen. Bis denn. Tschüss.